Wir starten gerade mit dieser Crime-Geschichte, die die ganze Schweiz, die ganze Woche in Atem gehalten hat. Ein einsamer Koffer, angekettet an einen Laternenpfahl am Bahnhof, würde los. Es ist unglaublich. Sofort drückt die Kantonspolizei aus und fordert die Verstärkung der Spezialeinheit aus Zürich an. Also, das ist doch ein bisschen ein morgens Gefühl. Bevor die eintrifft, kommt aber der Kofferbesitzer zurück am Bahnhof. Wieso jetzt das plötzlich? Zusammen mit dem Besitzer dieser Koffer haben wir diese aufgetaucht und siehe da einen Kürbis drin. Das ist interessant. Es hat sich dann gezeigt, dass er den nicht aufs Welle gebracht hat und darum hat er den zurückgelassen. Da läuft etwas, wenn sonst nichts läuft im Dorf. Wie es gerade so unfassbar spannend ist, bleiben wir bei den Kriminalfällen aus dem RegionalTV. Das wahre Hollywoodfeeling kommt aber nur in Bern auf. Es war definitiv der falsche Eingang, wo Einbrecher die Zelltsache rausgelesen haben. In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag brechen sie in dieses Einfamilienhaus ein. Was sie nicht gewusst haben, dass hinter dem Ecke eine Überraschung wartet. Hey, was machst du hier? Hopp! Genau in diesem Moment kam der Sohn nach einer Zockernacht nach Hause und verriegelte von aussen die Türen. Eigentlich waren sie sogar nett, weil Vater und Sohn, die beide gerne zocken, hätten auch anders können. Schlussendlich gab es für die Einbrecher aber die harmlose Variante. Es hat Zappin schon immer interessiert, wie die Gesichter hinter solch spannenden Geschichten aussehen. Aber die Corona-Zeit hatte nicht nur Schlechtes. Er hat sich in dieser Zeit viel mit Fröschen befasst und sich richtiggehend für die Tiere begeistern. Ich möchte hier nicht sagen, dass es nicht gut sei, weil es absolut ein Ja war. Aus diesem Grund möchte sich Boris Roduner als nächstes neue Froscharten zu tun. Aber es war nicht so toll wie die anderen Sachen. Für Tele Zürich, Daniel Fernandes. Das kommt aber nicht ins Fernsehen, oder? Doch, doch. Nicht nur ins Fernsehen, sogar bis zu Büssi Zappin. Genauso wie dieser sehr ehrliche Ausschnitt hier. Die Katzenlady von TV Südostschweiz zeigt sich von ihrer ehrlichen Seite. Ich bin jetzt natürlich absolut feige. Ich könnte nie ein Tier töten, essen aber sehr gerne Fleisch. Was stimmt mit mir nicht? Äh... 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 Wo wir gerade bei Tierchen sind. Bauerlein gesucht hat diese Woche auch wieder Vollgas gegeben. Also die einen haben sich flachgelegt und die anderen haben... Wie soll ich sagen? Ihre Muschi gestreichelt? Wenn man in der Schweiz eine Frau von sich überzeugen will, dann geht man mit ihr Swingen. Äh... Schwingen. Passt das? Ja, das passt gut, ja. Tip-top. Richtig in die Hose gegangen, oder? Wenn ich die Trout in der Schweine ausfügt sehe, ist natürlich schon ein gutes Gefühl… Arrarrarrrrarrarrrrrarrrrrarrrarrr Dieser Bauer macht's gescheiter Er benutzt süße kleine Kätzchen, um der Hofdame näher zu kommen. Ich glaub, sie hat mich gern. Das glaub ich auch. Ich hab dich auch gern. Tja. Mhm. Ich auch. And you don't know why, but you're dying to try you wanna kiss again. Nein, kein Svenkranz! Wieso steigt denn Ruth überhaupt ins Sogmal? Also ich finde es auch gut, dass man Körperkontakt hat beim Schwingen. Und dass man ein bisschen näher ist, sie kommt. Wunderbar. Und das finde ich einfach toll. Freut mich sehr. Kätzchen ziehen einfach Emma. Das ist so ein herziges. Ich weiss. Okay. Danke. Also ich bin jetzt noch ein bisschen am Zittern. Also es ist eigentlich einzigartig. Ich muss es ja zugeben, ich mag die Leute bei Bauerledig sucht enorm gut. Und ich finde es auch wirklich herzig. Keine Puente. Und damit weiter zu dem. Tanzlehrerin Chanan, herzlich willkommen! Ich freue mich hier zu sein. Ich bin ja sehr froh, dass wir heute nur mit dir quizzen und nicht im Tanzen gegen dich antreten müssen. Du bist mehrfache deutsche Meisterin in welcher Disziplin? In der Disziplin Hip-Hop. Wissen Sie, was ein Bild-Text-Share ist? Das ist, wenn man etwas sieht, das nicht zu dem passt, was man gerade hört. Praktisches Beispiel. Die Regie von Telebern feiert die Tatsache, dass Deutschland die Schweiz auf die Risikoliste setzt. Die Schweiz steht bei unseren deutschen Nachbarn ab dem Samstag auf der Quarantänenliste. Das deutsche Robert-Koch-Institut erklärt die Schweiz als Risikogebiet. Dazu landen auch Polen, Irland, Grossbritannien. Das ist ein Debake. Da brauchen wir gar nicht reden darüber. Ja, Corona ist natürlich jetzt je länger, je mehr auch wieder zurück in die Nachrichten. Und es muss natürlich auch immer schön angerichtet werden, mit ein paar soliden Strassen umfragen. Was denken die Zürcher zur Maskenpflicht im Freien? Mehr besser. Ich bin zufrieden mit der ganzen Schweizer Masken in der Strasse. Wieso nur jetzt? Ich bin der Geck. Vorher, vorher, vorher. Und jetzt? Katastrophal. Porco Dio! 8'000 pro Tag, 10'000 pro Tag. Jetzt ist es schon ein bisschen schwierig. Ich bin der Geck. Wenn ich nicht der Geck mache, ist der Geck. Aber besser mit der Masken jetzt. Darum haben Sie die Masken auch jetzt schon vorbildlich angelegt heute? Ja, ja. Ich habe die Masken schon lange, schon lange, schon lange. Ich sage es einen Monat immer mit der Masken. Wann ist nicht der Gutsch der Gutsch? Auch zuhause mit der Masken. Zur Wohnung mit der Masken. Ja. Jetzt ist gut. Auch Mama Wollny kennt sich prima mit dem Coronavirus aus. Wenn ihr reingeht, im Laden auch über den Einkaufswagen sprühen. Ja, wir machen jetzt erst mal den Wocheneinkauf. Und tschüss. Tschüss. Passt auf euch auf. Atmet nicht so viel Luft. Willst du mich veräppeln oder was? Bevor hier die Luft draussen ist, ziehst du noch schnell den Feld an. Es ist sehr wichtig, dass meine Mama und mein Freund heute dabei sind. Die bedeuten mir die Welt. Die haben mir zu jeder Sekunde beigestanden. Die bedeuten mir die Welt. Die haben mir zu jeder Sekunde... Excusez-moi. Und jetzt gebe ich euch einen Abschiedskuss. Bis nächste Woche. Muah! Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis später. Uhm Bis später. Vielen Dank.